Musik Ihr habt Interesse an diesem oder anderen günstigen Spielen? Schaut mit dem Link in der Videobeschreibung bei Gamesplanet vorbei. Okay, ich guck jetzt auch nochmal in die Abstimmung rein, die müsste ich doch auch hier drin haben. Das war so geplant, ich wollte an die Seite fahren. Scheiße. Der Euro-Track-Simulator ist momentan vorne, wenn ich es richtig sehe. Alter, was ist denn jetzt? Irgend so eine eiserne Wand hier wieder. Okay. Gut. Warte, ich guck jetzt nochmal nach mit der Dingens. Brems! Abstimmung, Neuladen. So. So, Minecraft 37%, Eurotax-Simulator 37%, Cities in Motion 25%, Cities Skylines hat null. So. Also. Kennst du Alexi-Bexi? Alexi-Bexi. Nom-jom-jom-jom-jom-jom-jom. Nein, kenne ich nicht. Natürlich. Stimmt, Manfred sitzt da. Iiii. Ich fühl mich voll in der falschen Haut. Boah, ich bin fett. Was? Halt die Fresse! Spass. 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 Okay. Hier rein. Fresse halten. Kann ich mal den Führerschein sehen? Du kannst alles in die Fresse haben, wenn du willst. 40 Minecraft, 40 Minecraft steht bei dir. Hm. Eine sehr wertvolle Aussage. Oh. Ich bin noch drei Minuten zu früh. Ah. Siehste mal. Äh, ich guck nochmal nach. Oh, jetzt treibt ihr mich hier, aber. So. Vorne ist momentan Minecraft mit 57%. Danach kommt der, kommt City Skylines und dann kommt der Eurotracks im Monat. Und dann kommt City in Motion. Alle mit 14%. So. Sehr gut. Sehr gut. Guck mal, ob das Nebeldicht geht. Ich weiß nicht, wo der Schalter ist. Mann. Ihr seid so gemein. Bahnhof Dampor. Kann es sein, dass hier irgendwie ein Objekt fehlt oder so? Es wirkt so leer. Ich glaube, dass hier ein ganz fettes Objekt fehlt. Oder? Oder? Das ist hier wirklich so schlicht. Na, von der wäre der Parkplatz aber deutlich größer, oder? Ich weiß es nicht. Das war ich letztes Mal auch schon. Ja, ich weiß. Ja, hör doch auf, mir ist Geld, um die Ohren zu werfen. Verzieh dich. Oh, Alter. Steig doch ein. Fährst du auch nochmal zurück? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich möchte nur nochmal daran erinnern. In ein paar Minuten kommt nochmal eine kleine Pinkelpause. Und wie gesagt, ich möchte nur kurz dieses Mini-Video hochladen, wo drin er steht. Ey, 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 Stream. Obwohl mit 22 Zuschauern ist das schon ganz gut. Und die Stream-Informationen mit meiner Katze haben ja über 160 Leute geguckt. Also, ja. Sollte jetzt eigentlich bekannt sein. Was ist das jetzt? Kack-Bus, ey. Du kack... Ich häng mich jetzt an nichts auf. Was ist denn das? Alter. Falter. So ein Fick. Meine Fresse, ey. Okay. Ups. Tür zu da hinten! Shit! Oh, der Bus ist schon wieder fast voll. Hm. Bum, 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 bum. Ah ja. Ich muss damit aufhören. Das ist, äh... Scheiß Ohrwürmer. Uh, Gänsemarkt. Ähm... Äh... Da. Da. So geht das nicht. Siehst du doch, olle... Also, manchmal verstehe ich das Spiel nicht. Boah, voller Renner. Boah, guck mal hier. Ich bin voll schnell. Oh, 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 oh. Oh, rechts in die Kurve. Oh, da links in die... Hä? Ja, okay. Ähm... Ich speichere jetzt mal hier gerade. Ja, öh, Slade. Ne? Slade. Oh, Mann, ey. Aha. Oh, oh. Jetzt können jetzt alles um die Ohren fliegen. Wie viele Gigabyte klauen deine Spiele? Oh, Gott. Ähm... Also, ich habe eine 3,3 Terabyte Festplatte. Da sind nur noch 600 Gigabyte voll. Und da installiere ich alle meine Anwendungen drauf. Also, viel. Hä. Äh, das meiste ist, glaube ich, GTA mit über 60 Gigabyte. Ist schon verdammt groß. Das habe ich alles runtergeladen. Und er fährt wieder. Wuhu. Zum Glück. Okay, ich dachte schon, dass Hamburg kaputt wäre. Hast du Hamburg kaputt gemacht, oder was? Ne, wir können einfach... ...einfach weiterfahren. Hallo. Hallo. Guten Tag. Denim, derdim, 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 derdim. So, dann machen wir alles wieder zu. Cool. Darf ich jetzt auch mal was sagen, du blöde... Äh, ich muss dazu sagen, gerade eben das Rumgespacke war, weil ich gerade das Informationsvideo hochgeladen habe. Und ich habe auch 1601 Bilder verloren. Und das sind im Gesamten 0,4% des gesamten Streams. Könnt ihr euch ja mal ausrechnen. 60 Bilder die Sekunde. Mal 2 Stunden 7 Minuten. Sind ein paar Bilder. Jetzt sind es nur noch 0,3. Mhm. Damals mit meinem alten Internet von Vodafone, wo ich noch 700 Kilobyte die Sekunde upload hatte. Boah, da hat es an Dropped-Frames nur so gehagelt. Aber jetzt habe ich auch Tatsache ein Internet, was für diesen Computer gerechtfertigt ist. Es geht. Ich hätte gerne 20 Megabit-Leitungen upload, aber das ist alles zu teuer. Na ja. Ist dann so. Omzi 2 sagt, es sind Weihnachtsferien. Stimmt! Äh. Äh. Oh yeah. Oh man, jetzt ist einfach gar nichts mehr mitfahren. Weihnachten. Obwohl, fuck, dieses Jahr, Weihnachten sah ja eher so aus, ne. Ah, geht doch. Bei welchem Anbieter bist du jetzt? United Media. Und zwar für 5 Euro mehr bekomme ich, anstatt eine 6 Megabyte Leitung Download, eine 128.000. Also anstatt 6.000, 128.000. Und anstatt eine 700 Kilobyte Upload-Leitung, habe ich jetzt eine 6 Megabyte Upload. Also 6.000 Upload. Also ich habe jetzt genauso viel Upload, wie ich vorher Download hatte. Leck mich doch am Arsch, Omzi. Ah. 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 Ich hasse dieses Spiel manchmal, Alter. Ah. Omzi ist der beste Bus-Simulator, den es gibt. Ja. Gut. Oh man, ey. So ein Kack. Kennst du Nordrhein TV Play und Lion Gamer 1? Ja, beide schon mal gehört. Er fängt sich wieder. Ne, tut er nicht. Es ist Omzi, der fängt sich nie. Ah. Wer hat eigentlich gesagt, dass ich heute bis 24 Uhr mache? Ach ja, ich. Naja, dann habe ich es scheinbar auch verdient. Gut. User Fahrzeuge laden. Ich muss aber noch gleich gucken, dass ich mir irgendwie was zu essen besorge. Hm. Ah. Muss ich mal gucken, ob ich gleich mit dem Auto schnell zu Maccas fahre. Hahaha. Oh man. Ähm. Obwohl, der hat bis 2 Uhr nachts auf. Hm. 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 Mal gucken. Ist immer praktisch, wenn man mittlerweile einen eigenen Führerschein hat und nicht mal auf die Eltern warten muss, sondern selber fahren kann. Guck da. Ich bin mit dem Ding nämlich voll gegen die Wand gefahren. Gleich ist wieder Spielewechsel. Nö. Nö, 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 nö. Wieso Spielewechsel? Ich kann es natürlich auch so machen, dass wir jetzt hier nach der Route Schluss machen, das Spiel wechseln und dann später nochmal zu oben sie zurückkommen. Das können wir auch. Aber ich hatte eigentlich so für jedes Spiel 2 Stunden angesagt. Hast du morgen Schule? Morgen ist Sonntag. Geh doch zu. A-L-D-I. Nö, 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 nö. A-L-D-I. Äh, der fährt aber doch nicht weiter. Der ist doch hier vorbei. Rathaus mag es mir auch gerade mal. Ah, wir fahren noch durch bis zum Bahnhof. Nö, Bahnhof. Alter, du bist auch eine Arschgeige hier. Ja, der lässt mich zumindest raus. Also das ist eure Entscheidung, ob wir jetzt mit Omsi gleich aufhören und wechseln und dann später nochmal zurückkommen oder ob wir Omsi jetzt noch die letzte Stunde, die weitere Stunde durchspielen. Das ist mir eigentlich Suppe. Ja, ein Bus. Du bist nett. Ihr lernst auch nie, ne? Halt die Schnauze da hinten. Oh Mann, Leute. Heute wird nass hier drinnen. Äh, er durfte ja mit Temperatur 19 Grad. Das ist gut. Wechseln. Okay. Dann fahre ich die Linie jetzt noch hier zu Ende. Dann wechseln wir das Spiel zu dem, was gerade am höchsten gelistet ist. Und kommen dann später zurück zu Omsi. Mhm. So. Sehr gut. Okay, wechsel bitte das Spiel. Das sagen jetzt alle. Okay, pass auf. Dann lade ich mal gerade neu und guck mal auf die Statistiken, was wir als nächstes spielen. Minecraft liegt vorne. Das bedeutet, ich brauche von euch die Entscheidung, Minecraft Multiplayer auf irgendeinem Server oder Singleplayer. Ich wäre meiner Meinung nach ganz ähnlich für Singleplayer, weil bis ich das jetzt mit dem Server und alles hingewuppt habe, dauert das Ewigkeiten. Ah, du scheiß Taxi. Rüber zu C&A mit dir. Oh, Mann. Genau so wollte ich fahren. Genius. Und alle schnell zu Cities Skylines wechseln. Okay. GOMAHD.net. Also ihr wollt alle auf GOMAHD spielen. Okay, die Linie ist damit durch.